Hey! Südnaya sind die in der zweiten Rundschau-Badio 1 bis 6 bei dir überlegen ob wir die Auflachen mitgehen und einige brauchen Lauda! Und die Auflachen sind die Rundschau-Badio und der Weisbruch Hallo! Hallo! Spannend auf, Rente! Mach da! Schau! 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 Ach du, anst du mir eine Tolle sagen oder warum bin ich jetzt hier auf? Schau! Freut mich auch, ist da! Schau! 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 Ich habe noch mal einen Fokal, der nr. 1,5 Minuten. Hör ihn halten, an der Schraube! Der Werke am Rund des Niederkommens ist ein Schraube! Er hat uns heute Abend genau ein bisschen entschieden. Das waren die Rund des Niederkommens. Das war ein Rund des Niederkommens, das war ein Rund des Niederkommens. dann ist es fast schon definitiv vorbei, wo ich jetzt auch was glauben kann. Bis zum Zeitpunkt auch, wenn wir uns heute hier bereit haben, und dafür werden wir, wenn wir uns sicher auch an das B-O-V-O-V-O-V-Einer, der uns hier bereit ist, den haben es heute leider nicht. Das war die Mütte für die Stadt, das Beste, das wir hier nennen müssen, das heißt, dass wir hier nicht alle bereit sind, nicht hier sind alle, es wird das Gleiche, denn wir sind heute gleich auf den Lützer-Kopf, den es wird immer präsentiert, von Lukas, von Jürgen-Parten, von Serialion, GDF, die Mannschaft, der O-V-O-V-O! O-V-O-M-G-E-R! Mit der Arten! Wort sie! Die Sechs, die Redakte! Mit der Arten! Ready! Die neuen Schönen! Warte! Mit der 21, T.J. Hecht, die 27, Tim Schühecht, die 28, Jan Lachini, und die 72, Sean Roche, den anderen mit der 10, Oliver, mit der 18, Vitali, die 16, Erich, mit der 18, Sean Roche, die 17, Stuttgart, die 19, Stuttgart, die 40, Jassie, Helix, Mit der vierten, anletzten, Obie, die Elbbrüder, unser Kapitän mit der neunzehn, Brad Pitt, und die Nörder nachgezählt, Apriana, Brüder, 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 und die Nörder nachgezählt, Apriana, Brüder,